Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Star Fox Adventures! Ja, und wir werden erst mal mit dem Hühnstein reden. Ich muss erst mal gucken, wie das hier alles war. Wo sind denn diese... diese... äh... ja... diese Bombenteile. Ich hab die gar nicht. Ich hab die gar nicht mehr. Die müssen wir uns erst holen. Und wir müssen auch wieder das Feuer auf unsere Y setzen. So. Dann geht das auch. So. Bang. Kommt her, ihr kleinen Sporen. Kommt zu Mami. Okay, ich hatte doch welche. Hä? Okay. Machen wir es so. Ich bin heute wieder etwas verwirrt und alles. Man kennt es. Man kennt es. Die meisten haben übrigens dafür gestimmt, dass sie selber lesen, wenn Zwischensequenzen kommen. Boah, ich hasse diese Zielsteuerung. Jedenfalls brauche ich dann nicht lesen. Hahaha. Natürlich lese ich trotzdem. Ist ja klar. Aber... äh... Ich lese es nicht laut vor. Dann blamiere ich mich auch nicht. Au, 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 au. Dann wollen wir doch mal mit dir sprechen. Rede mit mir! Rede mit mir! Hm. 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 Ich glaube, ich muss dazu erst hochgehen. Huah! Dann gehen wir hoch! Ist ja alles halb so wild. Hier hoch? Nee, da hin. Komm, wir gehen da hin. Hallo! Nobody ever brings me cats anymore! Oh. Hm. Geschenke? Was will er denn haben? Ja, dies ist nicht der rechte Moment zum Reden. Ja, wann denn dann? Aber wenn du Eierdiebe siehst, kann... äh, dann halte sie bitte auf, okay? Sprich doch mal mit dem Hühnstein. Ah. Leute. Hm. Was willst du denn für ein Geschenk haben, großer, ehrenwerter Hühnstein? Ach, guck mal. Vielleicht finden wir da drin was für ihn. Es wäre mir ein Fest. Ich hasse diese Steuerung. Bam. Und hier will ich einmal drunter gucken. Huah! Haben wir genug von. Ah, wieder solche Elektro-Kügelchen. Aber wozu? Was will der Hühnstein haben? Hm. Willst du sowas? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann mir da nicht jemand helfen? Kann mir da nicht jemand helfen? Hm. Hallo? Nicht angreifen. Sprechen. Oh. Oh. Sprich mit mir! Ach, dann nicht. Willst du vielleicht ein Körbchen? Ja, unwahrscheinlich aber, ne? Ey. Ich hab gar nicht auf Werfen gedrückt. Hm. Mein PDA kriegt der nicht. Pisa geben! Oh. Ich kann dem Kohle geben. Ist auch ein Geschenk. Schauen wir mal. Möchtest du Geld? Möchtest du Geld? Nein. Hm. Hm. Kein Mensch weiß, was er will. Oh. Dann... Gucken wir mal. Ob uns vielleicht die Königin etwas sagen kann. Oder... Warte mal. Wir haben doch hier unseren Slippy. Slippy, hier? Hast du dich wieder geblieben? Ah. Ah. Dann gehen wir doch mal in den Pasa. Bazaar. Mhm. Ich hab wieder Sprachfehler. Wie immer. Dann gehen wir in den Bazaar und suchen mal nach ein paar Pralinen. Wir waren ja eh nur bei den Karten im Bazaar. So. Hier hoch. Hoppeli-hüpp. Hoppeli-hüpp. Fahntel-Bazaar. Guten Tag. Gehen wir mal hier hin. Mhm. Mhm. Was ist das? Was ist das? Kaufen? Ah. Flimmerfliege. Mhm. Nee. Nee, nee, nee. Ja, ja. Was ist das? Ananisse. Puckpuck-Ei. Puckpuck-Eier. Hier gibt's keine Süßigkeiten. Aber vielleicht möchte er eine Flimmerfliege haben. Ja, ja. Okay, I'll sell it to you. Dann muss ich wieder Geld sammeln. Ich bräuchte einen Geldbeutel. Das wäre von Vorteil. Nee, Ausgang. Da. Der Typ ist komisch. Mal schauen. Äh, Ausgang war... Ach, geh weg. Hier. Genau. Mal sehen, was der Hühnstein dazu sagen wird. Wo haben wir sie denn überhaupt? Flimmerfliege. Flimmer... Fliege. Wo ist... Bin ich jetzt bescheuert? E-Zellen. PDA. Bombenspore. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Okay. Vielleicht hole ich einfach mal ein Paket... Puckpuck-Eier. Zur Sicherheit. Okay. Steinchen. Bringt mir Geld. Mit. So, damit haben wir fünf. Hoch damit! Acht. Ich hab gar nicht geguckt, wie viel die Puckpuck-Eier kosten. Und... Zwei rote. Jetzt haben wir zehn. Zurück in den Bazar. Nanananana. So, ein Hin- und Hergelatscher, ey. So. Hoch da. Dün-dün. 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 Was haben wir denn hier? Was ist das? Bas-Fum-dat-tasche, ba-la-la-was? Okay. Was ist das? Granitpraline. Ha! Eine Praline. Ja. Will ich ja auch hoffen. Oh, eine Praline! Das ist eine Granitpraline! Ein köstlicher, süßer Steinbrocken, über den sich jemand mächtig freuen würde. Ja, und zwar der Hühnstein. Was ist das? Zoomatic. Tricky's Ball. Snowhorn-Artefakt. Capclaw-Karte. Flimmerfliegen-Lampe. Ah, dafür sind die Flimmerfliegen da. Was ist das denn? Legt das sofort wieder hin! Dann schmeiß mich raus! Ach, alles muss man selber machen. Was haben wir hier? Was ist das? Karte vom Grazua-Palast. Könnte praktisch sein. Aber egal, wir haben eh keine Kohle. Und gehen erstmal hier raus. Mittlerweile weiß ich, wo der Ausgang ist. Ha! Wer hätte das gedacht? Nach der erstmaligen Komplettverwirrung. Da, 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 da ist die Praline. Die bringen wir dem Hühnenstein. Dann ist er nicht mehr so allein, denn wir reden mit ihm. Da, 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 da. Hin und her rennen. Das macht mir unglaublichen Spaß. Nicht. Nyeh. Hallo. Mnum, 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 mnum. Ich? Das ist aber nicht nett. Warpstone. Du solltest du helfen! Ah, richtig. Let's see if I can remember what I'm supposed to do. Okay. Now, if you push left on the control stick, then I'll send you to one of those warpstone thingies. We'll get back to that in a minute. And if you push forward on the control stick, then you can enter the maze. Uh-huh. Zupi Ähm Äh Eisspitze Yo Sieh mal einer an Eisspitze Vielleicht finden wir den kleinen Prinzen hier Es wäre mir ein Fest Okay Keine Karte vorhanden Ist klar Uh Was geht denn jetzt ab? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Oh Hallo Tricky Ey Oh das ist aber gar nicht nett Wir müssen einschreiten Sofort Oh So viel dazu Weg ist er Verdammt Rette den kleinen Prinzen Prinz vor allem Hm Was haben wir hier? Geht es kaputt? Nein Hm Hm Okay Ich guck mich mal so ein bisschen hier Oh Hallo Ein bisschen um Würde ich sagen Aufheben Hm Hä Die ballern nicht ab Die Leute Ach was haben wir denn hier? Äh hier Dingens Die hier Dann wollen wir das doch mal wegsprengen Tata Halt Stopp Brauche Ja Das hier Das hab ich gesucht Da haben wir schon mal E-Zellen Zumindest eine Willst du mich verarschen? Hör auf auf mich zu schießen Sag mir lieber was ich machen muss Hm Naja Ach komm Geh weg Pisa